La Rioja ist eine Provinz und autonome Gemeinschaft im Norden Spaniens mit der Hauptstadt Logrono. Weitere Städte und Ortschaften dieser für ihren Wein, den Rioja-bekannten Regionen sind Calahora, Anedo, Haro, San Asensio und Naira. La Rioja umfasst eine Fläche von 5045,25 Quadratkilometer, die Einwohnerzahl beträgt 317.053 Einwohner. Wort Herkunft. Vermutlich ist das Wort Rioja eine Zusammensetzung aus Rio-Oja, bedeutet also Oja-Fluss, der durch die Region La Rioja in den Ebro fließt. Andere Meinungen bringen das Wort mit Ableitungen aus der baskischen Sprache in Verbindung. Geografie. Die Rioja grenzt an die autonomen Gemeinschaften Kastilien, Leon, Baskenland, Navarra und Aragonien. Die Nordgrenze der Region mit dem Baskenland und Navarra ist etwa identisch mit dem Verlauf des Ebro. Das Klima ist trocken mit kontinentalem Einfluss, warm im Sommer und kühl im Winter. Neben dem fruchtbaren Ebro-Becken bietet die Rioja auch Bergketten des Iberischen Gebirges, wie der Sierra de la Demanda. Deren höchster Gipfel der San Lorenzo mit 2271 Meter ist Geschichte. Zur Zeit des Römischen Reichs war die Rioja im Norden und Westen von Vasconen und im Süden und Osten von keltischen Stämmen besiedelt. Während des Westgotischen Reiches gehörte der größte Teil der Rioja zum Herzogtum Kantabrien, einem Grenzgebiet zur Verteidigung gegen Kantabra und Vasconen. Nach dem Fall des Westgotenreiches im 8. Jahrhundert war es maurisches Territorium. Ab dem 10. Jahrhundert kämpften Navarra und Kastilien um die Vorherrschaft der Region. Im Verlauf dieser Konfrontationen trafen 1176 Alfons VII. von Kastilien und Sanko VI. von Navarra ein Abkommen, sodass Navarra ab 1177 den Großteil der Rioja an Kastilien abtreten musste. Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts war das Gebiet der Rioja auf die kastilischen Provinzen Soria und Burgos aufgeteilt. Im Verlauf der spanischen Verwaltungsreform von Rafael del Rio wurde 1833 die Provinz Logrono geschaffen. Nach Ende der Franco-Diktatur wurde der Name der Provinz 1980 offiziell in La Rioja geändert. Seit 1982 ist die Region La Rioja eine autonome Gemeinschaft mit eigenem Statut innerhalb des spanischen Staates. Bevölkerungsentwicklung der Provinz Wirtschaft 2006 betrug das BIP der Rioja 7.143.395.000 Euro. Rund die Hälfte des BIPs fallen auf den Dienstleistungssektor, ein Viertel auf den Industriesektor. Der wichtigste Industriezweig ist die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie vor der Metall- und der Textilindustrie. In der Region La Rioja liegen große Teile des Weinanbaugebietes E.O.C. Rioja, das zu den bedeutendsten in Europa gehört, siehe hierzu den Hauptartikel Rioja. Daher ist die Region am Instituto de Ciencias de la V.I.D.Y. del Vino beteiligt. Neben dem Weinbau gibt es in der Rioja im Ebro-Becken wichtige Gemüseanbaugebiete. Es werden vor allem Champignons, Artischocken, Spargel und Paprika kultiviert. Im Vergleich mit dem BIP der EU, ausgedrückt in Kaufkraftstandards, erreicht La Rioja einen Index von 111. Größte Gemeinden Stand 1. Januar 2015 Subregionen und Comacas Die autonome Region La Rioja ist unterteilt in drei Subregionen. Rioja Altar, Rioja Media und Rioja Bayer, die sich weiter in 13 Verwaltungseinheiten wie folgt untergliedern.